Der Künstler Gunther Demnich hat gestern in Bernkastel-Kuhs vor vier ehemaligen jüdischen Wohnhäusern 17 Gedenksteine, sogenannte Stolpersteine, verlegt. Sie tragen Namen und Lebensdaten von Opfern des Holocaust. Mitinitiiert hat die Aktion das Bündnis für Menschlichkeit und Zivilcourage Bernkastel-Wittlich. Hier werden jetzt die Stolpersteine für die Familie Friedmann verlegt vor dem Wohnhaus. Das zur Synagogengemeinde gehörte. Hugo Friedmann war Lehrer, Kantor und Vorbeter in der Synagoge und wurde mit seiner Frau nach den Pogromen vertrieben und 1941 nach Lotsch deportiert und dort umgebracht. Die Stolpersteine sind zehnmal zehn Zentimeter große Betonsteine. Auf deren Oberseite ist eine individuell beschriftete Messingplatte angebracht. Auf jedem Stein steht, hier wohnte, dann folgen die Lebensdaten der Nazi-Opfer. Bernkastel-Kuhs ist in Deutschland bereits die 372. Kommune, in der Demnich Stolpersteine verlegt hat. Ich denke, jeder weiß, der Hintergrund, das Projekt ist kein Grund zur Freude. Ich freue mich trotzdem hier zu sein in Bernkastel-Kuhs, der die 372. Kommune in Deutschland dank an die Initiatoren, dank an die Paten, die das ermöglicht haben, dass auch hier in diesem kleinen, sehr netten Ort die Steine gelegt werden können. Ein Stolperstein kostet 95 Euro. Finanziert werden sie unter anderem von Vereinen, Parteien und Schulklassen aus Bernkastel-Kuhs. Das ist ein Stolperstein, oberen Sie die Zeitung, in der Nähe des Lebensdaten. Das ist ein Stolperstein, das ist ein Stolperstein.